Ich habe mitgemacht bis zum Schluss. Ja, aber da ist immer so heiss. Ich hätte die letzte Rose noch lehnen. Für mich nervt es einfach immer, dass er es besser weiss. Für einen Komiker... Du bist aber kein Komiker. Also, für mich hat sich natürlich einiges verändert. Ich habe keine Rosen mehr bekommen. Nein. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich mal eine Frau im Geheimen kennenlernen musste. Also, anders. Es war alles anders, als ich zurück in die Schweiz gekommen bin. Das erste Mal habe ich eine Freundin. Das ist schon mal das Erste, der anders ist. Immer noch. Ich muss nicht mehr alleine schlafen. Nein, keine Details. Das Schlimmste war eigentlich, wenn man so Events sieht, wie Club-Events, Party-Events, was weiss ich. Ich denke, jeder Mensch in der Schweiz schaut, dass wir die Leute auf unsere Gruppe zugerannt haben. Alle haben zusammengemacht. Ich habe gehört. Der, 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 der. Es gab schon ein paar crazy Momente. Vor allem die jüngeren Fans. Es gab schon so ein paar, die kurz vor dem Brüelen waren, weil sie sich gesehen haben. Das ist schon speziell. Ich war ein bisschen bevorderlich. Ich fühle mich als ganz normaler Mensch. Okay, ich war jetzt im Fernsehen. Aber für so kleine Teenager, die das im Fernsehen sehen, ist das für sie mega krass, wenn sie sich dann im Real Life sehen. Und so halt am Ausrasten gewesen. Nein, also Erwartungsdruck überhaupt nicht. Nur wenn wir es in den 10. Folgen so gut, fast alle Bachelor- und Bachelor-App-Ellient-Täter haben wir gesagt, sie seien zusammen. Darum war der Erwartungsdruck eh nicht. Ich hätte schon ganz gut sagen können, wie alle anderen, es ist vorbei. Es war ja halt real. Aus diesem Grund haben wir es eigentlich recht genossen. Wir konnten endlich auch wirklich dazustehen, das zu zeigen. Bis jetzt hier mussten wir es wirklich im geheimen Fall. Wir konnten nur die Einwohner bei mir. Die Einwohner konnten nicht unternehmen. Demnächst steht mein Studium davor. Ich muss einfach das rocken und auch die Rosen sammeln. Bis zum Schluss. Was für Rosen? Meine Credits sind dann dort Rosen, Credit Points, Rosen sammeln. Für mich würde sich jetzt auch einiges ändern, weil der Kini beginnt zu studieren und wir schauen, ob wir das genau überhändeln und alles. Und ich würde auch so weitermachen, wie ich so vorher weitergemacht habe. Also mein Ratschlag wäre auf jeden Fall, einfach sich selber zu bleiben. Sich nicht zu gross unter Druck setzen lassen, wenn man jetzt irgendwie findet, dass es noch nicht so jemand gefunden hätte oder so. Man muss einfach den... Warte, ich werde jetzt wieder formulieren. Ja, man muss sich einfach auf jede Person einlassen. Egal, ob man jetzt vielleicht am ersten Moment denkt, die passt nicht oder so. Aber ich finde, das ist eine super Chance, einfach mal die Persönlichkeiten kennenzulernen und vielleicht ändert sich das irgendwie so. Und auf einmal findet man jemand mega cool, weil man vielleicht optisch gar nicht irgendwie der Fall wäre. Und das wäre einfach mein Tipp, sich da nicht den Stress zu lassen und wirklich auf jeden eingehen und jeden kennenlernen. Und dann wird das gut kommen. Also ich sage einfach, schaut, dass ihr euch einfach nicht zu dumm anstellt, weil irgendeine dumme Frau, die auch einen Typen an seiner Seite. Darum schaut, dass die, die sich eher einen Mittelpunkt suchen zu setzen, und die werden sich selber ausschalten. Das keep it easy am Anfang. Und dann legt sich das schon ein wenig ein. Ich werde einfach easy bleiben und ich kann auch viele mitmachen, nicht dich immer beschweren und keine Ahnung was. Das hilft auch mal noch. Ja. Ich meine, es ist ein... Nicht so wie du heute. Ich habe mitgemacht. Bis zum Schluss. Ja, aber das ist nicht. So heiß. So heiß. Du siehst, mein fucking Sonnenbrand da? Ich bin auch dort gestanden, wo du gestanden bist. Ja, aber ich bin einfach viel empfeindlicher auf jetzt. Ja, du bist einfach empfeindlicher allgemein. Ja, genau. Darum renne ich von Insekten davon, als wäre es ein fucking fliegender Gorilla, der auf mich zu... Ja, ich habe auch vielleicht eine Sonnenphobie. Das ist auch nicht gut. Okay. Ich hätte es sollen. Die letzten Rosenabeln. Nächstes Jahr. Das haben wir eindeutig, wie wir nächstes verändern. Wir haben das Beste daraus gemacht. Ich kann auch immer mein Bestes geben. Und ich glaube, dass ich alles gegeben habe. Darum gibt es nichts, wo ich sagen würde, würde ich ändern. Ja, das Einzige, was ich glaube, es im Nachhinein geändert hätte. Ich bin zwar immer ehrlich gewesen, aber vielleicht, wo es darum ging, wie ich so in meiner Vergangenheit war, bin ich das wohl nicht so aufreissen. Ja, aber mich nervt es einfach immer, dass er ja alles besser weiss. Darum habe ich aber aufgehört. Weil hast du nicht aufgehört? Ja, seit du mich... Weißt du, wenn du am Sammel geschissen hast? Jetzt habe ich meine Fehler reingesetzt. Ja, aber... Keine Ahnung. Manchmal nervt es dich halt einfach deine Sprüche, die du immer bringst, weil wir gar nicht lustig sind. Du bist doch der Einzige, der lacht. Das stimmt gar nicht. Also das ganze Kamerateam da... Aber die haben immer den Anstand zu lachen. Ja, genau. Das ist gar nicht lustig. Kannst du mir Anstand zeigen? Ich habe ja Anstand zu lachen. Ich bin nur ehrlich. Du hast jetzt das Gefühl, du hast recht. Ja, gar nicht recht. Das ist meine Meinung. Und dann ist deine Meinung ja völlig neben den Schuhen. Okay. Sorry. Also ich weiss es auch nicht. Ich verstehe viel mehr Humor als sie. Aber sie akzeptiert es manchmal nicht. Auch wenn ich so einen Instagram-Post macht... Aber sie schreibt immer recht hier bei uns? Weißt du, ich schreibe immer ironisch, mit Humor, aber sie hat immer das Gefühl, das checkt doch eh niemand. Sie schreibt... Sie schreibt... Sie schreibt... Er schreibt ironisch, aber macht nicht mal einen Smiley oder einen Zwinker-Smiley. Er schreibt einfach seinen Text und sagt, es ist ironisch. Ja, hast du das Gefühl, ein Komiker... Du bist aber kein Komiker? Ja, aber es geht darum... Oh mein Gott. Sehst du? Okay, nächste Punkt. Dann äh... Was regt mich so auf? Ja, also... Einerseits ist immer... Also im Bett stösst sie mich immer von... Kante. Das mache ich gar nicht mehr. Nicht mehr, gell? Nein. Das wollte ich sagen, das machst du eben nicht mehr. Warum? Ja, weil ich jetzt als Trend von dir schaue. Genau. Die Nähe zu mir, hat sie aufgehört zu suchen? Nein, es ist so heiss, wenn es Sommer ist. Ich bin einfach zu heiss, darum... Ich bin heiss, ich kann das nicht brauchen. Okay. Ich brauche meinen Abstand. Ja. Jetzt auf der Zimmer geheissen, oder... Du kuschelst mich nie, schenk mir ein bisschen Liebe und ich schenke ihr so viel Aufmerksamkeit und Liebe. Ich schenke dir so viel Liebe von dir, aber nicht mehr in Schlaf, Schatz. Ja, aber sonst nicht. Wenn ich dich immer rumgehe, ich gehe alleine, so jäh, du bist so herzig und so... Das ist doch eigentlich nie etwas. So, sagst du immer... Mach mir das an! So ein Scheiss! Doch, du machst immer so ein... so ein abweissendes Lächeln. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, ich komme so... Ja, schau mal, das herzige Frideli. Und du so... Ich bin heute Nacht duschen, du bist auch so herzig am... Ja, dann bin ich gerade am duschen, wenn man etwas machen kann, dann checke ich wahrscheinlich gar nicht, wenn du so kommst. Okay. Das nächste Mal schaue ich, dass du es checkst. Komm mir richtig. It's good.